Speedy Gonzales in Wiener Neustadt. Internationale Küche in wörtlicher Ausprägung. Was haben die Neue Welt, Down Under und Good Old Europe gemeinsam? Diese Frage wird seit vielen Jahren im Speedy Gonzales überzeugend beantwortet, denn Spezialitäten aller drei Kontinente werden nach gleichsam originaler wie origineller Zubereitungsart in dem Wiener Neustädter Gastro-Tipp auf die Teller gezaubert. Saftige Steaks vom Rind, Strauß oder Krokodil, feurige Chilis, reichlich mediterranes und außergewöhnliche Garnelengerichte kreieren die engagierten Chefs und Mitarbeiter zum Gaumenabenteuer und Augenschmaus. Eine breite Auswahl an Nudelgerichten und schmackhaften Pizzen darf natürlich auch nicht fehlen und wer immer schon mal wissen wollte, wie eine Klapperschlange schmeckt, wenn sie nicht mehr klappert, der oder die wird hier gelegentlich ebenso fündig. Ergänzt durch Garten frische Salate und ein interessantes Wein- bzw. Bierangebot bleiben keine Wünsche unerfüllt. Die von den Chefs angeführte 20-köpfige Crew sorgt in den von der Klein- und Nemitz-Gastronomie-Betriebs-GesmbH geführten Betrieb für unvergessliche Eindrücke. An alle Geschmäcker und Generationen ausprobieren lohnt sich. Dich. Untertitelung des ZDF, 2020